Herzlich Willkommen bei einem besonderen Let's Play. Wir spielen heute ein Spiel, das heißt Solitaire. Es ist bereits in jeder anständigen Windows-Version vorinstalliert, außer bei der Business-Version Enterprise. Seit Windows 3.1 ein zuverlässiger Partner im Bereich Spiele. Ein Spiel, das für wenig Geld viel Spaß bereiten kann. Ein Solitaire, ein zuverlässiger Partner und das Ganze, wie gesagt, für wenig Geld. Damit will ich zeigen, gute Spiele müssen nicht immer viel Geld kosten. Schauen wir uns das an. Hier wird uns bereits die Hilfe angeboten, das Ass, also auf den entsprechenden Platz. Die Hinweismeldung brauchen wir jetzt nicht. Das Schwarze muss ans Rote angelegt werden. Ich denke, die Spielweise ist allen hier bekannt. Wir legen also die 2, die rote 2, an die schwarze 3 an und dann tut sich bereits die schwarze 8 auf. Die können wir an die roten 9 anlegen und haben wieder ein Kartenstapel abgebaut oder verkleinert. Denn es ist ja Ziel, diese Karten hier abzubauen. Diese Kartenstapel hier zu verringern und aufzudecken. Wenn wir diese Kartenstapel aufdecken können, dann ist es uns möglich, das Rätsel vollends zu lösen. Erst danach, wenn wir hier nichts mehr machen können, müssen wir uns von Karten aus diesem Stapel bedienen. So, und jetzt also versuchen wir hier weiter zu agieren und den Stapel weiter abzubauen. Da sehen wir die 7, die legen wir an die 8 an. Und hier tut sich die 4 natürlich ins Auge stechen. Die an die 5 angelegt, eine weitere Karte, die aufgeht. Das läuft hier ganz wunderbar. So einfach ist es natürlich nicht immer. Wir sehen die 2, die an die 3 angelegt. Die 9 an die 10 angelegt. Und damit hätten wir den Kartenstapel schon vollends abgebaut. Jetzt können wir den Jungen hier anlegen. Und da sind wir auch schon weiter bei dem Kartenstapel. Und ja, jetzt muss man mal kurz überfliegen. Hier fehlt noch die schwarze 6, damit wir die 5 dann anlegen können. Und hier aber die 3 an die 2. Und damit hätten wir also auch hier die Möglichkeit geschaffen, diesen Kartenstapel und es wäre eine einzige Karte aus diesem sozusagen Sammelstapel geholt hätten, der also frei zugänglich ist, haben wir hier schon eine Menge abgebaut, eine Menge aufgedeckt und angelegt. Wichtig ist, alles muss dann hier oben irgendwie landen. Und ja, das ist unglaublich, was wir hier schon machen konnten. So, okay. Ich glaube, viel mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Erst einmal. Doch, die können wir noch hier anlegen. Und ja, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Im weiteren Spielverlauf. Schauen wir also an. Die 10 nützt uns in dem Fall nicht viel. Wir haben ja keinen Jungen, wo wir die 10 anlegen können. Bei der 9 ebenfalls nicht der Fall. Schauen wir weiter. Die 5. Die 5. Wir bräuchten eher eine schwarze 6, damit wir hier diesen Kartenstapel mit dem kombinieren können und an die Karte hinten dran kommen. Dessen, äh, die Kartenstapel mit der Hauptpriorität heißt, die müssen zuerst abgebaut werden, um den Spielfortschritt möglichst schnell voranzutreiben. Sonst kann man sich da verheddern. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Aktion rückgängig zu machen. Okay. Also geht es hier weiter. Erst einmal. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nichts. Und die 8. Die 8 können wir an die 9 anlegen. Können wir nicht, weil wir haben schon eine 8 an der 9 hier. Also auch nicht der Fall. 7 an die 8 anlegen. Ist die Frage, verbirgt sich ja drunter noch eine schwarze 7, sodass diese Entscheidung später Folgen nach sich ziehen könnte. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal machen. No risk, no fun. So, die 2 nützt uns in der Stelle auch gar nichts. Den König können wir jetzt theoretisch herüberholen, aber wir haben sowieso keine Dame. Und hier drunter unter den ganzen Karten könnte sich auch irgendwo ein König verbergen. Das heißt, wenn hier irgendwo ein König drunter sein würde, könnten wir diesen König dann nicht einfach hier rüberlegen und hätten damit die nächste Karte aufgedeckt, weil wir den König schon vorher verwendet haben. Also lassen wir den erstmal dort liegen. Äh, ansonsten auch hier wenigst Neues. Bei dem König verhält es sich ähnlich. So, ähm, wir haben gerade gesehen, äh, dass es einen schwarzen König gab, dann, ähm, eine rote Dame und einen schwarzen Jungen. Das heißt, den hätten wir sowieso wieder frei, den Platz, sodass wir also den König durchaus hätten da anlegen können, aber das wussten wir ja vorher nicht. Das Ass immer gleich rüber per Doppelklick. So, und jetzt schauen wir mal hier die 5. Die 5 nützt uns in dem Fall nichts. Die 3 an die 4 auch nicht der Fall. Die 2 kommen wir jetzt natürlich hier auf das Ass. Die 3 ebenfalls hier rüber auf das Ass stapeln. Also alle mit Herz werden vom Ass 2, 3 hochgestapelt und so weiter. Dann brauchen wir die Herz 4. Die ist allerdings nicht vorhanden zur Zeit. Ja, jetzt, äh, wäre natürlich eine rote 4 ganz gut, um da was anzulegen. Äh, ja, gut. An dieser Stelle die 7 auch wieder Unfug. Die können wir gleich hier rüber. Die 3 hier rüber und wir haben eine Dame aufgedeckt. Also wieder eine weitere Karte vom Stapel unten drunter aufgedeckt. Okay. So viel dazu. Äh, machen wir weiter. Die Dame brauchen wir in dem Fall nicht. Die 8 an eine 9. Eine 9 haben wir auch nicht. 10, eine junge haben wir auch nicht. Die 6, das ist die entscheidende 6, die wir gebraucht haben. Und da können wir jetzt also hier eine 4 aufgedeckt haben. Können hier die 3 anlegen. Haben hier ein weiteres Ass. Und damit also Freiraum geschaffen ohne Ende. Die 2 hoch. Die 3 da hoch. Die Herz 4 aufdecken. Und eine weitere Karte haben wir hier vom Stapel aufgedeckt. Es ist die, ähm, keine Ahnung wie das heißt, Blatt 4, ähm, die wir eben auch hier ans Ass, auf den Stapel des Asses, befördern können. Ähm, weiter geht's hier mit der 4. Die nützt uns jetzt gerade nicht so viel. Hier die 3 können wir nicht hochlegen, weil das Ass fehlt. Die 5 aber. Und damit machen wir den Platz hier frei. Also die Könige können wir alle sorgsam auslegen. So, jetzt brauchen wir mal einen Jungen, damit wir hier dann die 9 irgendwie anlegen können. Okay, die 6, äh, können wir hier anlegen, beziehungsweise können wir gleich hier drauf machen. Auch nicht das Problem. Genau, so. Dann die 10 nützt uns jetzt auch erstmal nichts. Die Dame auch erstmal nichts. Den Jungen können wir schon mal hier rüberlegen. Äh, schwarze 10 und dann hätten wir hier auch wieder aufgedeckt. Das Ass natürlich immer nützlich. So, machen wir erstmal weiter. Hier gucken wir mal, die, ähm, Karos 2 fehlt an dieser Stelle. Äh, so dass wir also den Stapel, die 3 hier, nicht da drauf bekommen und die 4 dann leider auch nicht. So, die 10, die ich erwähnt habe, das ist wichtig. So, jetzt haben wir hier einen König. Den König können wir hier auch natürlich ablegen, weil wir so viele freie Felder haben. Die 6 können wir hier rüberlegen. Den Jungen, ähm, der nützt uns an dieser Stelle erstmal nichts. Die 4 können wir auch nicht ablegen, sodass wir ja erstmal etwas in Verzug geraten. Macht aber an dieser Stelle nichts, sieht schon sehr gut aus. Und die 9, okay, die nützt uns jetzt auch nichts weiter. So. Die 5 an die 6, das ist sehr gut. Dann haben wir hier die 4, die wir rübernehmen können. Diese 4 erlaubt es uns, dass eben hier die 6 aufgedeckt worden ist. Die 6 können wir jetzt allerdings nirgendwo weiter anlegen und auch nicht auf den Kartenstapel hier oben verfrachten, sodass wir also hier erstmal beschränkt sind. Die 8 hier, ähm, auch nicht so weit. Gut, jetzt haben wir hier die 2, da haben wir hier die 3, haben wir hier die 4. Erstmal eine ganz gute Sache. Die 4, die 5 hier, okay. Wäre ganz interessant zu wissen, wo hier die 5 ist. Ähm, dann können wir nämlich die 6 hier rüber verfrachten. Ja, den König können wir auch wählen, dann können wir hier die Dame dran machen, okay. 7, ja, dann haben wir hier die Dame, das nützt uns allerdings auch, doch den Jungen können wir hier dran machen, ist ein bisschen schöner geordnet. Aber okay, jetzt bräuchte man noch am besten eine Dame in, ja, nützt auch nichts. Irgendwo muss ja natürlich noch ein König drunter sein, ne, oder in dem Stapel drin sein, okay. Okay, die 5 hier, damit können wir die 6 aufdecken, der Junge hier, an dieser Stelle auch nicht sonderlich nützlich. Die 7 nützt gerade auch wenig, oder können wir hier rüber, doch die kommen wir hier rüber, die allerdings noch nicht, weil hier die 6 fehlt, die liegt hier drunter. Können wir aber auch machen, indem wir das so, okay, einfach rechts klicken und dann schiebt es das alles rüber. Okay, gut. Hier eine Dame, nicht sonderlich nützlich. Die 8, dann können wir hier die 9 rüberlegen. Die 10, ja gut, können wir auch rüber. Zack, hat es das alles schon mit einmal abgebaut. Jetzt hier also noch die entscheidenden Sachen und dann der König, weil die Dame fehlten. Damit hätten wir Solitaire gewonnen, das ging schneller als erwartet. Hier das erste EUH-Overlord-Solitaire-Replay. Im sage und schreibe Rekordzeit von 503 Sekunden mitkommentieren. Das ist Wahnsinn. Gute Spiele müssen nicht teuer sein. Gute Spiele gibt es auf jedem PC zu finden seit Windows 3.1. Das Gute liegt zu nah. Warum nicht auch mal solitär spielen? In diesem Sinne bis zum nächsten Video. Das war es erstmal von mir.